Vom Patienten zum Hypnose-Coach oder zum HPP. Das ist ein Weg, den wir gar nicht so selten sehen, sondern das ist sogar ein häufig gegangener Weg, dass Menschen, die selbst irgendwo mal die Hypnose erfahren haben und dabei festgestellt haben, wie gut sie ihnen geholfen hat, persönliche Themen zu erlösen, auf einmal auch das Interesse verspüren, Hypnoseanwender zu werden und genau das, was sie erfahren haben, weiterzugeben. Jetzt mag der ein oder andere zuschauen und sagen, das kann doch gar nicht sein, dass jemand, der gerade selbst noch Patient gewesen ist, anderen Menschen mit der Hypnose hilft. Ich sage, das Gegenteil ist der Fall, weil wer könnte denn besser die Wirkweise und die Effektivität der Hypnose verstehen, als jemand, der irgendwo in Hypnosebehandlung gewesen ist und gemerkt hat, dass die Hypnose für ihn ein richtiger Game Changer gewesen ist. Jemand ist vielleicht mit Ohnmacht, mit Angst, mit Trauer, mit Wut, mit Scham in einer Lebenskrise, in eine Hypnosepraxis gegangen, hat dabei vier bis sieben Hypnosen gemacht und merkt, dass dadurch eine unglaubliche Transformation angestoßen wurde. Dieser Mensch hat auch die allerbesten Grundvoraussetzungen dafür, erst mal zu verstehen, wie Hypnose funktioniert, dann auch zum anderen zu verifizieren, ja, sie funktioniert, ich habe es ja selbst erfahren. Und wieso sollten wir diese Energie, diese Erfahrung nicht weiter in die Welt tragen, gerade wenn wir das Gefühl haben, dass wir jetzt aktuell im Beruf nichts Sinnstiftendes machen. Ich sehe das häufig, dass Menschen erstmal so eine Art, wie beim Eiskunstlauf, da gibt es ja einen Pflichtteil, den wir machen müssen und dann gibt es dann die Kür, das, was der Mensch sich selber aussucht. Ich sehe das häufig so, dass Menschen aufgrund ihrer Konditionierung und aufgrund des Sicherheitsbestrebens erstmal einen Pflichtberuf auswählen, den sie dann eine Zeit lang machen und irgendwann, wenn man so, ich sage mal, Mitte 30 bis 50 ist, stellt man sich die Frage, ist es das jetzt gewesen? Werde ich jetzt nichts mehr anderes in diesem Leben machen als diesen Beruf? Und dann stellt sich häufig auch die Frage nach der Sinnstiftung. Tatsächlich sehe ich es relativ häufig, dass Menschen Hypnoseausbildung besuchen, die sagen, die haben einen alter Beruf, der hat mich zwar ernährt, der hat mir auch im gewissen Rahmen Spaß gemacht, aber ich merke, jetzt muss mal irgendwas Neues her. Und vor allem muss was her, wo ich sage, da stehe ich wirklich persönlich dahinter. Und das kann man im Pflichtberuf häufig nicht von sich sagen. Man macht die Arbeit zwar, man bekommt das Geld und das ist alles soweit ziemlich sicher, was ja für uns Menschen auch wichtig ist, weil Sicherheit ist eines der größten Aspekte für unsere Survival Needs, also unser Überstreben zu überleben. Aber ich merke nichts Sinnstiftendes dahinter. Das heißt, so das Tiefergehende, der tiefergehende Sinn hinter dem, was die Menschen machen, fehlt eigentlich. Und dadurch entsteht eine gewisse Leere und auch eine gewisse Diskrepanz. Weil wenn wir etwas tun, was wir nicht so richtig aus dem Herzen tun, was wir wirklich für sinnstiftend halten, dann ist es im Regelfall so, dass wir nicht voll und ganz dahinter stehen und unser Herz sich irgendwie einen anderen Weg bahnt und nach etwas sucht, was letztendlich wirklich sinnstiftend ist und uns dabei hilft, persönlich zu wachsen und uns mit Freude zu erfüllen. Insofern, ja, es kommt auf jeden Fall vor, dass Menschen dann im Rahmen ihrer persönlichen Entwicklung auf einmal die aus dem Pflichtberuf austreten, vor allem dann, wenn der Punkt gekommen ist, wo der Mut auch aufgebracht wird, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die aber auch das Potenzial hat, wirklich unser Herz zu fluten und unsere Berufung zum Beruf zu machen. Und wenn ich jetzt selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich in einer Hypnosepraxis gewesen bin und dass mir die Arbeit des Hypnoseanwenders unglaublich geholfen hat, dann merke ich, da steckt ein richtiger Sinn drin. Weil anderen Menschen zu helfen, ihre Transformation zu sehen, ist etwas, was eine große Freude bereitet. Ich habe neulich von einer Interessentin gefragt, was macht denn für dich das Heilen aus und die Hypnose aus? Und da habe ich geantwortet, das macht einfach Spaß. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie Menschen mit Schmerz zu dir kommen, und ohne Schmerz wieder weggehen. Und das ist letztendlich auch der Beruf eines jeden Hypnoseanwenders, so ein bisschen wie der Orthopäde. Die Leute kommen humpelnd in die Praxis, der Rücken tut weh und wenn die Anwendung gut ist, gehen die Leute wieder raus und sagen, Herr Doktor, ich kann wieder laufen, es fühlt sich wieder gut an. Und genau das machen wir, auch wenn wir mit der Hypnose arbeiten, aber auf der mentalen Ebene. Dass die Menschen kommen und traurig sind, sich vielleicht ohnmächtig fühlen, ängstlich sind und rausgehen. Und dann sehen wir diese Baby-Augen. So ein Phänomen, was ich immer wieder auch sehe, dass wenn die Leute in der Hypnose gewesen sind, du hast ein Thema gelöst, die Augen gehen wieder auf. Die Augen wirken so babyhaft. Die sind frisch, klar und offen. Und wir merken, wir haben wirklich was für den Menschen rausgeholt. Es geht eben wirklich besser. Und es ist halt toll, so zu arbeiten, weil du hast die persönliche Dankbarkeit, du hast die Transformation. Die Leute kommen im Schmerz und gehen im Idealfall ohne Schmerz wieder raus, umarmen dich, sagen, ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe. Oder es war wie eine zweite Geburt. Ich feiere meinen zweiten Geburtstag dank ihnen. Und diese emotionale Belohnung, wo bekommst du die heute noch? Also es ist doch wirklich eine, sag ich mal, es ist doch eine Wertigkeit, die mit der Arbeit einhergeht, die wirklich unglaublich ist und einen auch sehr belohnt. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt, weshalb ich gerne mit Hypnose arbeite. Weil du bist ja wie so ein kleines Mäuschen, was reingucken kann in die Leben von ganz vielen verschiedenen Menschen. Dadurch, dass du in der Hypnose häufig Altersregressionen erlebst, also deine Patienten, Klienten in die Kindheit zurückgehen, dort bestimmte Situationen beschreiben, bestimmte Gefühle beschreiben, hast du als einzelner Mensch Einblick in das Leben von ganz vielen verschiedenen Menschen und verstehst, welche Entwicklungen sie durchgemacht haben. Du verstehst, welche Gefühle dabei aufgetreten sind und kannst die Zusammenhänge verstehen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Und dadurch, dass du dann die in der Vergangenheit entstandenen Gefühle auflösen kannst, veränderst du die Gegenwart. Du bist also so ein großer Transformator gewissermaßen, hilfst den Menschen bei Veränderungsprozessen und hast diesen Einblick, dass du einfach so viele verschiedene Menschenleben kennenlernen kannst, dadurch, dass du die Menschen halt in der Hypnose begleitest und siehst, was sie früher erlebt haben. Natürlich ist auch das Tolle, dass du bei der Hypnose auch in Berührung kommst mit Effekten, hätte ich fast gesagt, mit gewissen Erfahrungen, die schulmedizinisch so nicht zu beschreiben sind. Ich spreche von spirituellen Erfahrungen, aber dieses Feld ist so weit und so spannend, dass ich auf jeden Fall noch mal ein separates Video darüber machen werde. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es ist auf jeden Fall möglich, als Patient dann später Hypnose-Coach zu werden oder auch als HPP, wenn man dann die Ausbildung machen möchte, dann letztendlich anderen Menschen in der Hypnose-Praxis weiterzuhelfen. Und ich sage sogar, es ist ein typischer Werdegang. Es gibt viele richtig gute Heiler, die früher selber mal Patienten gewesen sind und über die Hypnose erfahren haben, wie schnell Heilung geht, wie intensiv Heilung sein kann, auch wie tiefgreifend sie sein kann. Und gerade Menschen, die schon selbst die Wirkung der Hypnose bei sich erfahren haben, sind nach meiner Auffassung im besonderen Maße dafür geeignet, später die Hypnose anzuwenden und das Geschenk, das sie selber erhalten haben, anderen Menschen weiterzugeben. Wenn du auch jemand bist, der wundervolle Erfahrungen mit der Hypnose gemacht hat, der sich aber vielleicht bisher gar nicht getraut hat, weil er gesagt hat, ich und Hypnose, ich traue mir das gar nicht zu, das kann doch gar nicht sein, ich bin noch vom halben Jahr Patient gewesen und jetzt auf einmal soll ich schon selbst, ja, sollst du und darfst du, kannst uns mithelfen, dabei, andere Menschen von ihren persönlichen Konflikten zu erlösen und wenn du wissen willst, wie das geht, trag dich gerne für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns ein, wir gucken, wer du bist, was du machst und schauen, ob wir dir auf deinem Weg mit einer Hypnoseausbildung weiterhelfen können.